Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zuhause fühlen. Wir spielen immer noch The Legend of Zelda Majors Mask und ja, mir ist in den Sinn gekommen, dass wir hier doch hoch können. Allerdings nicht als normaler Link, sondern ich hab mir gedacht als Zora Link sind wir ein bisschen größer und 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 und. Jawohl, und kommen hier denn noch hoch? Anders konnte ich mir jetzt nicht denken, wie man da hätte weiterkommen können. Hier kommen wir definitiv nicht mehr hoch, aber das brauchen wir auch gar nicht, denn wir können uns hier runterfallen lassen. Dann machen wir uns wieder zum normalen Link. Wir zerstören nochmal eben die Krühe. Nein, ich will nicht nochmal Zora Link werden. So, definitiv nicht. Ich will eigentlich nur hier hin, nämlich zur Schatztruhe. So, da waren nämlich die Fee drin. Das ist Nummer 12, aber hier scheint doch noch eine zu sein. Also, uh, lasst mich in Ruhe. Pfeile, achso, ja, und Energie, die respawnen ja immer noch weiter. Ich meine nämlich, aber wie kann ich die Kiste da unten zerstören? Das wundert mich. Wie kann ich eine Kiste vielleicht mit der Kaboom-Maske? Dürfte das gehen? Weil, wenn ich hier eine Bombe reinschmeiße, wird die, oder eine Krabbelmine, aber die wird doch... Hm, war eine gute Idee, aber die hat nicht sollen sein. Ja, und die verpufft einfach, die Bombe. Das dachte ich mir. Dann versuche ich es mal mit der Kaboom-Maske. Toll, dadurch habe ich das Viech jetzt kaputt gekriegt, aber... ...nicht diese... ...Bombe da. Wie kriege ich die denn kaputt? Muss ich das Ding wieder einfrieren? Ich meine, ich weiß es ja nicht. Probieren wir es einfach mal. Darf ich mal... ...dich einfrieren wieder? Ich weiß sowieso nicht, wofür du unbedingt da gut warst. Komm schon. Ich kriege das Fass da nicht kaputt. Und irgendwie muss ich das Fass ja da kaputt kriegen, weil sonst... ...komme ich da nicht weiter. Ich schätze mal, dass da die Federein sein wird. Alles mögliche, aber... ...keine Hilfe, ne? Keine wirkliche Hilfe. Das hilft mir gerade überhaupt nicht weiter. Und als Zora unten... ...ich guck mal gerade, ob ich als Zora... ...kann ich über die Zora-Maske die Kaboom-Maske tragen? Geht das? Ne, geht nicht. Ja, was kann ich denn da unten benutzen? Das Auge der Wahrheit und die Ocarina. Das hilft mir so ungemein. Moment. Vielleicht kann ich das Fass ja mit meinem Schutzeschild... ...aktiv... ...verschwindest du mal herab? Ich hab da noch mein Schutzschild. Kann ich damit das Fass kaputt machen? Ich kann so viel einhauen auf das Ding, wie ich will. Moment. Na, das hilft mir auch nicht weiter. Ich dachte, jetzt die Kaboom-Maske oder so, aber... ...das zieht nicht. Also, irgendwo muss hier ein Trick dahinter sein. Definitiv. Ich kann nämlich als Zora... Ah, Moment. Ah, ich hab's gewusst zum Schluss. Na, komm her. Dann ist das die verirrte Fee Nummer 13. Wie, hier ist noch irgendwo eine verirrte Fee Nummer 14. Dann krieg ich hier aber ein... ...so was von Kollab. Nein, hier ist keine Fee mehr, also fehlen mir nur noch zwei. Ist ja nicht so, als hätte ich's ein bisschen eilig. So, weiter im Text. Wo geht's hier hin? Okay, das kenn ich bereits. Einmal abtauchen, bitte. Dann da rein. Komme ich wahrscheinlich wieder durch die Strömung hier raus. Und... ...da war ich schon... ...da unten war ich da schon... Ne, jetzt mal ganz ruhig. Wo war ich schon? Ganz unten war ich noch nicht. Also... ...erst mal hier weiter. Oder... ...oder war ich hier schon? Ne, definitiv... Uh, 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 definitiv nicht. Und ich seh vor allen Dingen etwas. Darf ich dich mal kurz... ...kaputtschießen. Nein, das hat nicht funktioniert. Auch nicht. Ach komm, so schwer kann das doch gar nicht sein, das Ding zu treffen. Habe ich das jetzt kaputt gemacht oder nicht? Sonst... ...gehe ich da jetzt mit Pfeil und Bogen ran. Soll mir auch egal sein. Ich hab nicht ewig Zeit. ...definitiv nicht. Da unten ist nochmal ein Weg, um rauszugehen. Äh... ...irgendwie... Ach, hier die Röhre wieder. So, darf ich mal kurz... ...jetzt einmal mit Pfeil und Bogen. Wunderbar. Aber irgendwo fehlt noch eine Fee. Irgendwo fehlt noch eine Fee. Ich hab ne Fee übersehen. Nein, hier ist ne Fee noch. Okay, dann hab ich keine Fee übersehen. Dann fragt sich nur, wo ist hier die Fee? Bevor ich da reingehe, muss ich hier ne Fee finden. Na, kommst du wohl? Wir aktivieren erst einmal das Ding. Äh... Tja, und jetzt... Äh... Na, ganz ehrlich. Warum gibt es hier einen Ausgang? Okay, falls ich die Master-Schlüssel vergessen hätte, aber... Moment. Hier drin. Hier drin. Oh. Oder da drin. Kommst du, Feechen? Warte mal. Ich müsste doch eigentlich, wenn ich meine Feenmaske aussetze, dich doch so bekommen, oder? Wie riech ich mich da jetzt? Ja, komm her. Du fliegst zu mir bitte. Nein, ich wollte da drauf bleiben. Na, egal. Fee? Ist sie zu weit weg, dass sie angekrochen kommt? Ah. So, jetzt haben wir alle. Ich hab aber keine Zeit, euch jetzt zurückzubringen. Definitiv nicht. Uh, nein. Denn da wartet erstmal der Endgegner auf mich. Und der hat jetzt oberste Priorität. Ihr könnt leider noch, oder ihr müsst leider noch warten. Ah. Ja. Ich weiß, aber es ist gleich Mitternacht. Und ich muss den Gegner hier noch besiegen. Ach, keine Zeit. Einfach runter da. Nein, ich weiß, was das für ein Gegner ist, oder? Ist er nicht der riesige Gubbi? Ich weiß nicht mehr. Ich glaub, da brauch ich dich verdammt lange für, um den zu besiegen. Und da unten sind auf jeden Fall Magie-Dinger. Das heißt, Magie brauch ich auf jeden Fall. Da ist er. Äh, versklavter Wächter der Meere, Georg. Gut. Und wie krieg ich den jetzt klein? Taya, visier dir mal an. Du gibst ihm eine Hilfestellung. Ähm. Kommst du ihm jetzt zu nahe, wird er dich verschlingen. Ziele aus der Ferne auf ihn, um ihn zu schwächen. Okay. Oha. Mit einem Feuerpfeil werde ich da wohl wenig ausrichten können. Versuchen wir es mal mit einem Eisffeil. Ich wollte ihn schon noch anvisiert lassen. Da ist er. Oha. Oha. Das hat überhaupt keinen Sinn. Geh weg da. Oha. Ich wusste doch, der greift mich an. Bin ich? Ich will hier raus. Ich bin hier raus. Also tauchen ist definitiv keine gute Idee. Ich bleib mal lieber hier in der Mitte. So. Und dann kommt er jetzt da gleich an. Kommt das Beben jetzt von ihm oder? Wow. Okay. Wenn das nicht wirkt, wie kriege ich ihn denn dann? Äh. Äh. So? Okay. Ich weiß jetzt zumindest, wie ich ihn betäuben kann. Aber. Da. Ab. Und das Wasser. Äh. Äh. Okay. Das war ein kurzes Spielchen. Nein. Ich wollte mich da direkt bestimmt nicht ausziehen. Komm erst mal hier hoch. Nein. Ach. Der frisst mich aber auch direkt hier unter Wasser. Für solche Sachen habe ich keine Zeit. Ausziehen wieder. Wo ist er? Da unten. Nein. Das ist eine Pflanze. Pflanze. Ach. Komm. Geh weg. Ich will hier raus. Da ist er. Ja, ich sehe die Countdown-Zeit. Ist klar. Ich sehe dich nicht. Zeig dich doch mal, Mensch. Da ist er ja. Bleib hier, Kubik. So. Erwischt. Da unten ist noch mal Energie. Aber die brauche ich jetzt erstmal nicht. Nein. Ich wollte auf das Ding springen. Und du frisst mich hier eiskalt. Wo ist er? Wo ist er? Wir sehen ihn an, Tarja. Jetzt stößt er hier irgendwo gleich wieder gegen. Da. Ich habe es doch geahnt. Da ist er doch. Da. Erwischt. So, jetzt. Jetzt kommt Phase 2, oder wie? Oh, nö. Auf sowas habe ich jetzt gar keine Lust für Spielchen. Vor allem, warum kam er aus der Ecke, wo er gar nicht da war? Ey, ey. Ich wollte mir nur ein wenig Energie holen. Und dann jetzt kommt der mir so um die Ecke. Raus da jetzt. Du brauchst immer ewig, Link. Was? Wieso? Erwischt. Erwischt. So, nochmal eben. Bisschen Energie zu uns nehmen. Haha. Und jetzt frisst er mich gleich wieder. Der frisst mich doch. Ich kenne ihn doch. Verdammter Mist. Wieso frisst er mich? Lass mich in Ruhe. Darauf habe ich... Hä? Hä? Bin ich K.O.? Ich habe nicht auf meine Herzen geachtet. Ich bin K.O. gegangen. Verdammter Mist. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Aber es macht nichts. Wir haben immerhin eine Fee bei uns gehabt. Komm, da raus. Ich habe nur noch fünf Minuten. Wo ist er jetzt? Fisch? Fisch? Wo ist der Fisch? Ich sehe ihn nur nicht. Da, blubbert was. So, bitte einmal. Bitte ruhig bleiben, Kollege. Du kommst sofort ran. Habe ich ihn erledigt? Ich habe den Endgegen erledigt. Das ist doch genial. So, ich hoffe, jetzt bleibt die Zeit übrig. Also, das mit dem Fröschen kriege ich definitiv nicht hin. Ich bin ja froh, dass ich ihn jetzt gerade gekillt habe. Oh, die Fische sind auch passé. Ah, und die Zeit geht nicht weiter. Das ist ein Segen. Danke. Und weiter geht's. Das ist auch schön. Georgs Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Georgs gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Das ist nett, aber das Erste, was ich jetzt sofort erledigen werde, ist zur Fing-Quelle gehen. Und danach kann ich meinetwegen die drei Tage zurücksetzen. Die Götter wollen ja auch nochmal was von allem. Ich habe doch keine Zeit. Hey, hör doch, wir brauchen deine Hilfe. Wenn du dich jetzt abwendest, wird diese Welt etwas Schreckliches zustoßen. Ihr seid die Einzigen, die dieses Unheil abwenden können. Das war es, was Ta'el uns sagen wollte. Helft uns... Unserem... Freund... Helft unserem Freund. Ich verstehe. Wir sollen auch dem Letzten helfen. Dann gebt uns ein Versprechen. Auch ihr werdet uns helfen. Ja, die Schildkröte. Will dir ein Knutschen? Nun kann ich mich wieder zur Ruhe begeben. Auch ich muss den ewigen Gesetzen gehorchen. Doch werde ich durch den Schleier des Schlafes hindurch die Welt beobachten. Das Böse, das dieses Land heim sucht, ist noch nicht verschwunden, Link. Aber erst nachdem Lulu Stimme noch einmal meine Seele liebkostet hat, werde ich wieder gehen. Ich glaube, die Götter werden das gestatten. Heya, heya, heya. Lulu? Egal. Die Musik kommt jetzt daher, weil die letzte Stunde angebrochen ist. Also es hat nichts mit uns zu tun. Ne. Wenn ich mich recht entsinnere, war das doch hier bei dem... Bei dem... Schädelküste, Schädelküste. Ne, das war eins weiter. Aber beim Cap Zora bin ich ja. Das kann ich vergessen. Und ich muss jede Zeiteil sparen, die ich kann. Ich habe keinen Bock, in den Tempel noch mal zu gehen, nur für die Feen. Alles andere kann ich ja gleich noch machen. Ja, der Mond, der ist da vorne. Der ist schon ziemlich, ziemlich nah. Interessiert mich aber auch nicht. Der Mond hat so keine Bedeutung für mich. Da vorne muss ich hin. Gehst du mir weg? Ich will hier lang. Hier rüber. Hier rüber. Wie sind die Felsen denn wieder davor? Die habe ich doch schon mal weggemacht. Komm, 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 fanghaken. Und das ist mir jetzt auch total egal, das ist die Partlänge vielleicht... Ne, die ist gar nicht so lang. Dann habe ich ja Glück gehabt. Dann kann ich alles in eins unterbringen. Boah. Du bist mir ein Kerlchen. Ja, interessiert mich auch nicht, dass ich das... Lass es eben liegen. Das ist alles sowas von egal. Doch, doch, die Höhle ist noch frei. Das sah nur gerade von außen so aus. Komm, liefer die Fähne ab. Liefer die Fähne ab. Die Fähne einmal abliefern. Da, 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 da. Bitteschön. Weh, ich bekomme jetzt nicht was Gutes von euch. Oh, mutiger junger Freund. Ich bin jetzt die große Fähne des Mutes. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Zeichen meiner Dankbarkeit leihe ich dir meine Stärke. Ihre Stärke? Ah, das ist doch mal hilfreich. Wunderbar. Deine Rüstungsschutz wurde verstärkt. Ab sofort können dir dein Gegner nur noch halb so viel Schaden wie bisher zufügen. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Danke, werde ich tun. Und dieses Geschenk ist sehr, sehr nett. Weil damit kann ich eine Menge anfangen. Aber bevor... Nee. Bevor ich hier nämlich die Hymne der Zeit spiele und mich in Sicherheit bringe, werde ich nämlich noch mein Geld in die Unruhstadt bringen. Die 200 Rubine sind zwar nicht viel, oder nicht gerade unmöglich viel, aber sie sind doch deutlich mühselig gesammelt worden. Und warum nicht hinbringen? Ich muss es ja irgendwann mal auf 5000 Rubine schaffen. Also warum nicht gleich einzahlen? Ja, ja, ich höre das Ding-Dung. Und keine Angst, wir haben noch eine Menge in dem Reich der Zora zu tun. Nur dafür brauche ich einen neuen Tageszyklus, sonst funktioniert das alles nicht. Ja, es ist Ende der Welt. Was ist los an einem Tag wie diesem? Willst du deine Bankgeschäfte abwickeln? Du hast die Stadt noch immer nicht verlassen. Du bist wirklich erstaunlich, kleiner Mann. Äh, Rubine einzahlen. Ja, lass mich einen Blick auf dich werfen. Wunderbar, nun. Ich hatte mal 1000, aber durch dieses blöde Bogenschießen ist mir das wieder abhandengekommen. Was? Du willst wirklich so viel hinterlegen? Du scheinst ein reicher Kerl zu sein. Äh, so kleiner Mann. Du hast nur 1700 Rubinen und 730 Rubine. Oh, du hast bereits 1900. Und nun dann, kleiner Hikias, du einen kleinen versprochenen Prämie. Ach, das funktioniert immer noch? Na, die kriegst du auch direkt eingezahlt. Theoretisch könnte ich ja das Geld immer wieder zu und ab, zu und abruhen und immer wieder die 5 Rubine nehmen, aber da gibt es deutlich besseres. Dann, äh, was wollte ich jetzt, äh, ach ja, ich wollte den Tageszyklus wiederherstellen. Mal eben kurz gucken, ob ich sonst irgendwas habe außer den Rubinen. Nö, 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 nö. Nichts, wenn wichtig ist, dann kann ich die Zeit herstellen wieder. Ja, ich bedanke mich sozusagen fürs Zusehen. Wir haben den Wassertempel recht schnell beendet, also der Endgegner ging einigermaßen schnell, auch wenn er mich hin und wieder genervt hat. Tut mir auch leid, dass ich ein bisschen Druck gemacht habe, aber, naja, ihr könnt es ja verstehen. Ich wollte wenigstens alles noch abschließen und hoffe eigentlich nur noch, dass es euch Spaß gemacht hat, mir zuzusehen und ihr auch beim nächsten Part wieder einschaltet, wenn wir eine Menge der Geheimnisse von Unruhstadt und auch der Umgebung, äh, ja, ähm, erforschen werden. Danke fürs Zusehen und bis dahin.